Die Freundin steht auf kompulentere Männer. Ich sehe hier keinen kompulenten Mann, also. Was hast du gesagt? Ja, die mag ein bisschen dickere Männer. Die Freundin sagt, bist du dumm? Das ist wirklich... 80% ihrer Ex-Freunde. Und die anderen 20% hat sie gegessen. Das heißt, zum richtigen Durchtrainieren. Hast du wirklich einen durchtrainierten Mann? Ja. Und was macht der so für Sport? Steht der auch so wie ich auf ausverkauften Bühnen oder was macht der beruflich? Ich musste schon lachen, als sie gesagt hat, er geht ins Fitness. Weil ich muss dazu nur in den Keller. Also in den Keller gehen ist für mich Fitness. Das meinte ich. Ich gehe einmal rundherum auch schon in Muskelkarten.